Hallo, wir sind gerade auf dem Weg zur Familie Blümchen, denn wir sind heute mit denen verabredet und fahren jetzt hier. Und dann gehen wir schön ins Café im Park Schönfeld und freuen uns schon riesig. Und wir fahren hier gerade so und die Straße ist ziemlich holprig, aber das macht uns wenig aus und mehr zieht ihr dann im Park Schönfeld.